Als erstes greift er seine Hand hier, ich stehe auf, lege den Kinn rein und drücke den Gesicht da. Das kann ich loslassen. Machst du schon? Kein Verdacht. Ich fängse eigentlich. Die Klinik ist immer noch drin. Was machst du? Ich gehe hier und mache den Kinn hier zu. Hier und ziehe ihn zu mir. Ich drücke den Kinn in die Kinn.